Für mich ist Motorsport einfach pure Leidenschaft. Diese Leidenschaft, dieser Ehrgeiz, der brennt in mir zu jeder Zeit. Die DTM ist eine Rennserie, die extrem hart umkämpft ist. Es ist die Sprintrennserie weltweit. Ich bin jetzt seit zehn Jahren bei BMW Motorsport Werksfahrer, bin zweimal DTM Champion geworden und da musst du natürlich echt abliefern, um da jedes Jahr wieder bei der Startaufstellung dabei zu sein. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Markenbotschafter für Schäffler und über die fünf Jahren ist aus dieser Partnerschaft eigentlich schon Familie und Freundschaft geworden, muss man sagen. Es ist natürlich ein super Match mit der Regionalität, mit der gleichen Leidenschaft an den Sport, an die Materie ranzugehen. Für mich und meine Eltern war tatsächlich wichtig, einfach ein zweites Standbein zu haben, da es nie garantiert ist, dass du mit dem Motorsport auch mal so erfolgreich bist. Und dementsprechend habe ich eben auch eine Ausbildung als Karosseriebauer gemacht. Ja, ich bin tatsächlich immer noch gerne im Familienbetrieb. Als Karosseriebauer will dann natürlich auch meiner Familie so ein Stück weit was zurückgeben, die ja wirklich viel Zeit auch für mich aufgeopfert haben. Es sind natürlich nur vereinzelte Tage, weil klar, der Motorsport hat Priorität, aber es ist immer noch schön in der Werkstatt zu sein. Ich glaube für mich hat es wirklich viel gebracht, den Beruf so auszuüben, um einfach auch das Verständnis für die Mechaniker zu haben. Zu verstehen, was die wirklich an der Rennstrecke leisten, auch die Vorbereitung der Rennfahrzeuge, die ja auch dann teilweise viele Überstunden machen, auch viele Nachtstunden machen. Du musst als Team gemeinsam hart arbeiten für den Erfolg. In den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich wirklich viel getan, vor allem im Bereich Digitalisierung, aber auch Perfektionismus an der Rennstrecke, wo du wirklich versuchen musst alles umzusetzen in der Strategie, im Setup, aber auch in den Werkstätten hat sich unheimlich viel getan mit dem Thema Digitalisierung, wo wir zum Beispiel mit der Schaeffler App den Schaeffler OneCode scannen können und dann daraufhin die Produktinformationen, Einbauhinweise, aber auch Videoanleitungen erhalten, was einfach für uns als Mechaniker extrem eine große Hilfestellung ist und wir uns mit Sicherheit viel Ärger vom Chef ersparen können, wenn wir somit den perfekten Einbau machen. Es ist natürlich schön zu sehen, wenn du dann auch wirklich auf der Tribüne die ganzen Menschenmassen in grün siehst, die Green Wall, wie wir sie nennen. Und es ist schon einzigartig und macht mich extrem stolz, was wir in den letzten fünf Jahren gemeinsam aufgebaut haben.